Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Waage, du navigierst durch das verschlungene Netz des Lebens. Heute ist Zusammenarbeit gefragt, wenn du große Pläne schmiedest, vor allem wenn es um Reisen geht. Der kleinste Keim einer Idee kann sich schnell in eine umfassende Strategie verwandeln, angetrieben von der vorherrschenden Energie des Tages. Ein Gefühl von Leichtigkeit und offener Kommunikation liegt in der Luft und ermutigt zur Zusammenarbeit. Wenn du auf Personen triffst, die sich nicht aktiv an der Gruppenarbeit beteiligen, solltest du darüber nachdenken, ob sie von der gemeinsamen Arbeit ausgeschlossen werden sollten. Neben deinen beruflichen Verpflichtungen bringt der heutige Aspekt eine spielerische und unbeschwerte Energie mit sich, die du mit ganzem Herzen annehmen solltest. Widme deine Zeit außerhalb der Arbeit Aktivitäten, die dir Freude und ein Gefühl der Leichtigkeit vermitteln. Sieh dir Filme an, die deine Laune heben, spiele mit Kindern, wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet, und unternehme Freizeitaktivitäten mit Erwachsenen, wenn die Kinder nicht dabei sind. Am wichtigsten ist, dass du Sport treibst, um deine Laune zu heben. Aerobik belebt nicht nur deinen Körper, sondern versorgt auch dein Blut mit Sauerstoff und ist ein natürliches Gegenmittel gegen Depressionen. Es ist wichtig, aktiv zu bleiben, denn auf der Couch zu sitzen, bringt nicht die gleichen Vorteile. Wähle deine bevorzugte Form der Bewegung und genieße jeden Moment davon. Vor dir hat sich ein großes Zeitfenster geöffnet, das du auf keinen Fall verstreichen lassen darfst. Es kann zwar einige Zeit dauern, bis deine Bemühungen genau die Früchte tragen, die du dir wünschst, aber wenn du jetzt die nötigen Schritte unternimmst, kannst du schon in ferner Zukunft davon profitieren. Nutze den Moment und verfolge deine Ziele proaktiv. Im Bereich der Beziehungen kämpfst du vielleicht mit Stimmungsschwankungen und allgemeiner Unzufriedenheit in deiner derzeitigen Partnerschaft. Wenn du die Dinge zum Besseren wenden willst, hast du die Chance, eine positivere Erfahrung zu machen, indem du deinen Partner oder deine Partnerin, egal ob er oder sie dein aktueller oder zukünftiger Partner oder deine Partnerin ist, aus seiner ihrer sehr nachdenklichen und introspektiven Phase herausholst. Es könnte den Anschein haben, dass sie sich aktiv gegen Aktivitäten oder Pläne wehren, die du vorschlägst. Um eine harmonischere Beziehung aufzubauen, solltest du nach Möglichkeiten suchen, sie in ein gemeinsames Erlebnis einzubinden, das ihren Interessen und ihrer Stimmung entspricht. Mit Blick auf die kommende Woche richten sich die himmlischen Energien zu deinen Gunsten aus und die Glückssterne werfen ihr strahlendes Licht auf dein Horoskop. Es ist, als ob das Universum dich als Empfänger einer Welle positiver Energie auserwählt hat. Diese Zeit verspricht eine Glückssträhne und Chancen, die sich aus unerwarteten Quellen ergeben können. Vertraue in dieser Zeit auf deinen Instinkt, denn deine Entscheidungen werden von der Hand des Schicksals gelenkt. Genieße die Glückswellen, die dich überrollen, und mache das Beste aus jedem Moment, denn du weißt, dass die Sterne sich verschworen haben, um dir Erfolg und Glück zu bringen. Denke außerdem daran, dein Glück mit anderen zu teilen und Positives zu verbreiten, denn dein Glück kann einen Welleneffekt von Freude und Wohlstand im Leben anderer auslösen. In der Astrologie geht der Mond heute von Löwe in Jungfrau über. Diese Energieverschiebung ist eine gute Gelegenheit, Projekte in Angriff zu nehmen, Hausarbeit zu erledigen und dich mit geistigen Aktivitäten zu beschäftigen, die auf deiner Aufgabenliste gestanden haben könnten. Die Energie des Tages kann zu schwankenden Stimmungen und Motivationen führen, die sowohl zur Entspannung als auch zu produktiven Tätigkeiten anregen. Die Verschmelzung von feurigen und erdigen Energien sorgt für Erdung und ein Gefühl der Stabilität, das dir als Anker inmitten der Höhen und Tiefen des Lebens dienen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für dich, vage, darum geht, zu kooperieren, spielerisch zu sein und Chancen zu ergreifen. Arbeite mit anderen zusammen und sei offen für Kooperationen, vor allem wenn du große Pläne machst. Abgesehen von deinen beruflichen Verpflichtungen solltest du dein Leben mit spielerischen und freudigen Aktivitäten füllen und dich vor allem bewegen, um deine Laune zu verbessern. Verpasse keine Gelegenheit, die sich dir bietet, und gehe proaktiv auf deine Ziele zu. In deinen Beziehungen solltest du deine Launen in den Griff bekommen und gemeinsame Erlebnisse suchen, die zu den Interessen und der Stimmung deines Partners passen. Nimm die positive Energie der Woche an und denke daran, dein Glück zu teilen, denn deine positive Einstellung hat die Kraft, Freude und Wohlstand in deinem Umfeld zu verbreiten. Nutze die Energie des Mondes, der in die Jungfrau übergeht, um Aufgaben zu bewältigen und inmitten der Schwankungen des Lebens ein Gefühl der Erdung zu erhalten. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Karte Gericht steht für eine Zeit der Reflexion, des Wandels und des Erwachens. Sie ist eine Aufforderung, deine Lebensentscheidungen zu überprüfen und wichtige Entscheidungen zu treffen. Für den heutigen Tag deutet das Gericht darauf hin, dass du vielleicht an einem Scheideweg stehst und einen Moment der Selbsteinschätzung und Selbsterkenntnis erleben musst. Es ist eine Zeit, in der du über deine vergangenen Handlungen nachdenkst und die Konsequenzen bedenkst, was zu einer Veränderung oder einem Neuanfang führen kann. Die Königin der Schwerter ist eine Karte des Intellekts, der Unabhängigkeit und der klaren Kommunikation. Sie ist bekannt für ihren scharfen Verstand und ihre Fähigkeit, Entscheidungen mit Klarheit und Objektivität zu treffen. Heute ermutigt dich die Königin der Schwerter, deine Entscheidungen mit Logik, Rationalität und einer klaren und durchsetzungsfähigen Denkweise anzugehen. Es ist ein Tag, an dem du Entscheidungen auf der Grundlage dessen treffen solltest, was du für richtig hältst, auch wenn das eine gewisse Distanz erfordert. Die Vier der Kelche steht für Introspektion, Kontemplation und ein Gefühl der emotionalen Stagnation. Sie steht oft für eine Phase der Selbstreflexion und für das Gefühl, etwas angeboten zu bekommen, es aber nicht voll zu schätzen. Für den heutigen Tag deutet die Vier der Kelche darauf hin, dass du dich in einem Zustand der Kontemplation befindest und möglicherweise Chancen oder Segnungen in deinem Leben übersiehst. Sie ermutigt dich, deinen emotionalen Zustand zu überprüfen und zu überlegen, ob du eine neue Perspektive brauchst. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag der Selbstbeobachtung, des klaren Denkens und der Selbsteinschätzung hin. Das Gericht verlangt nach Selbstreflexion und transformativen Entscheidungen. Die Königin der Schwerter rät, diese Entscheidungen mit einer logischen und distanzierten Denkweise anzugehen. Die Vier der Kelche unterstreicht die Notwendigkeit, über deinen emotionalen Zustand nachzudenken und die Chancen, die sich dir bieten, zu schätzen. Nimm dir heute Zeit zur Selbsteinschätzung und zum Nachdenken über die Entscheidungen, die du treffen musst. Nutze das klare und objektive Denken der Königin der Schwerter, um Entscheidungen zu treffen, die mit deinen wahren Werten und Prinzipien übereinstimmen. Vergiss nicht, an dein emotionales Wohlbefinden zu denken und die Chancen zu schätzen, die sich dir bieten, auch wenn sie nicht sofort ersichtlich sind. Heute ist ein Tag, an dem du durchdachte, gut informierte Entscheidungen treffen und neue Perspektiven erkunden kannst.